Die Balearen, eines der Hauptenklaven im Mittelmeer, von der ganzen Welt aus besucht, wegen ihrer zauberhaften und idyllischen Landschaft. Die Küste und wunderschönen Strände. Vielfältiges Angebot an Ausstellungen und traditionellen Märkten. Gastronomische Diversität und ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Wir machen vorbei. Freizeitaktivitäten und die Nightlife machen daraus ein komplettes und ideales Reiseziel für jeden Tourist.